So, Video-Info-Review mit den Torschützern zum 2 zu 1 mit Mayan. Wie war das alles da oben? Ja, es war ein sehr brenzliges Spiel. Bis zur 90. Minute, das haben wir im Spiel gesehen. Bis zur 95. Minute war es sehr intensiv. Es war heiß. Wir haben einen besseren Gegner gehabt als letzte Woche sicherlich. Aber ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und am Freitag ist es nächstes Spiel und das wollen wir auch gewinnen. Was ist der Unterschied zwischen hier und in der Schweiz zum Spielen? Ja, ich finde hier wird der Fußball geschätzt. Also die Fans, die feiern den Fußball mehr als in der Schweiz. So sehe ich das. Auch die älteren Fans. Und das freut mich sehr, weil es ist immer schön vor Leuten zu spielen. Okay, ich danke dir. Tschüss!